Hallo und herzlich willkommen zu Yooka-Laylee und Alex, nein, ich hoffe, er hat ein schöner Tag und ich würde sagen, wir gehen Richtung Welt Nummer 5 und ich glaube sogar der letzten Welt in dem Spiel, die ich weiß nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Wollen wir jetzt zur letzten Welt gehen? Ja, ich schaffe die hundertprozentig in dem Spiel nicht. Aber es kommt jebald wieder ein Projekt vom Hundertprozent machen, wo ich mich dazu durchringe, das zu machen. Ich glaube, dass es die letzte Welt ist, ich weiß es nicht. Werde ich dann sehen. Wieso leckt das Spiel wie so? Was da hinten sein soll. Ich weiß da links war irgendwas aber das lassen wir jetzt einmal. Oder gibt es da noch eine sechste Welt? Oder eine siebte Welt? Ah, da geht's zu Welt 4 zurück. Keine Ahnung, ob wir das mal brauchen. Könnte die letzte Welt sein. Ich hab kein blasses Schimmer. Veröffnet sie mal. Ihr braucht zwölf von uns Bücher um die Welt, falls ihr sollten. Möchtest ihr Galleonen-Galaxie feisch halten? Ja. Veröffnet Bücher. Ihr schaut nach Weltraum aus. Müsste die vergessen. Spalte 15 Pizzas gefunden. Nein. Okay. 15 Pizzas habe ich auch. Gehen wir mal einfach rein. Schauen wir was passiert. Keine Ahnung. Schauen wir mal wie viele wir in dieser Welt sammeln. Oder zusammenbringen. Ich bin nicht gespannt. Wenn wir so wie die anderen Welt so 20, 22 Pizzas sammeln, ist das schon eigentlich genug für mich. Dann kommt glaube ich noch ein Quiz und dann der E-Boss, ne? Denk ich mal. Ich hab keine Ahnung, wie ich echt gesehen sein soll. Dann gehen wir mal da hin. Okay. Der Hauptbestandteil dieser Welt besteht jetzt auch schon das Fliegen. Aber gleich geschafft! Wahnsinn! So, was haben wir da? Ich darf nicht diesen Flugschächter für euch, aber in weiteren Kraftfeldern vorbei ist, solltet ihr Muchs schon... Aha! Ah, das ist eine Art Abkürzung. Ah, das ist eine Flugschaffe. Wer gibt gleich die Fähigkeit her? Ja, ohne Bild durchzulesen jetzt einmal. Wie viele Fähigkeiten gibt es noch in dem Spiel? Wenn es die letzte Welt ist? 100. Femarschelt. So, da-da-da! Unbüft! Unverwundbar! Ert und Y. Ocelon! Ja! Super! Sold out! Hä? Also Ocelon! Da braucht es wahrscheinlich auch. Achso, da brauche ich. Oder nicht? Also da muss ich fliegen wahrscheinlich. Muss ich kurz aufladen lassen. Da muss ich noch mal ausmachen... Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' das. Was ist denn da drin? ja ich weiß dass da irgendwas ist weißt du da oben? du fragst ihn gar nicht jetzt nur die Frage was ist da? ich werde dich verraten das ist aber Pitche nein da oben ist ein Monikül ja du kannst schon aufhören zu pfeifen danke dass du mir will ok wo komme ich da jetzt raus? das ist einfach von außen rauffliegen wahrscheinlich ja ich werde dich verraten hier kann ich wahrscheinlich hier einfach runter gehen so und jetzt rauffliegen er ist alles nicht ich komme jetzt hier mit dem nächsten Punkt nicht drauf denke ich mal so und erst jetzt komme ich jetzt runter ohne dass ich mit tausend Sachen breche ich mache wieder dort hin wo ich lang komme also da unten so so sind wir da ja das mache ich dann nachher jetzt mag ich mir mal da hinten umschauen ob da hinten irgendwas ist außer Federn so dann das kann ich anscheinend noch nicht dann mache ich doch zuerst das dass da vorne war so dass da das ist das ist das ist das ist das das ist 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 das das ist 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 am Anfang nein Aaaaaaargh! Natürlich brauche ich dir den ganzen Weg! Ich sollte einfach draußen! Okay, das haben wir mal! Aber wie geht das letzte? So? Habe ich eine Elektrofähigkeit von der, dass ich nichts weiß? So? Aaaaaaah! Ops! Ass! Ops! Okay, war doch nicht so schwer! Und das! Okay! Aber für was hätte ich denn den Honig dann gebraucht? Hm... Gut, da fahre ich nicht so falsch! So, wo bin ich jetzt am schönsten hin? Da ist noch nicht so viel! Ja, die Verwandlung ist wahrscheinlich in einem Boot! Ich muss mich immer stark bauen! Das kann ich nicht zerstören! Lieber dich auch! Hä? Ach! So! So! Aha! Aber das kann ich trotzdem nicht zerstören! Hoah! Wo kann ich mir jetzt hin? Hey! Okay! 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 Da kann ich nichts machen! Kann ich irgendwas machen? Ohne... Nein! Ich muss... Aber es ist da oben! Da oben gesehen wird! Die Welt muss... Bis auch schon früh! Ähm... Bauzeichen! Gehört mich auch nicht dran! Warte Frage! Okay! Das ist Geiß Nummer 2! Ach so! Kann ich einfach mit dem zerstören oder was? Das heißt ich muss schnell der Hund da bevor das... Das ist ja... Gut dumm! Ich weiß kaum ich ja nicht mit der Fähigkeit! Oder? Schauen wir mal! Probieren! Geht immer stehren! Erstmal voll aufladen lassen! Und jetzt bist du drüber! Das geht sich nie aus! Oh ja! Es kann sich ausgehen! Vielleicht denn... Nein! Es geht sich nicht aus! Nein! Das geht sich nicht aus! Ich bin so schnell die Welt gleich! Weil ich hab überhaupt keine Ahnung was ich sonst machen soll als ich mit dem Schiff halt! Kann nur mit dem Schiff jetzt was machen! Dann vergrößern wir gleich die Welt! Dann will man sehen was... Was dazu kommt! Wahrscheinlich ist ja gedacht dass man am Anfang gleich mit dem Schiff was macht! Ich weiß es nicht! Aber was anderes hab ich jetzt nicht gefunden! Vergrößern wir mal die Welt und schau was passiert! Ich hab eine einzige Taichi gekriegt! Nein, zwei! Zwei waren schon! Dann vergrößern wir gleich! Hallo! Hab ich! Dass ich die gleich vergrößern, weil ich nicht weiterkomme! Ist auch selten! So was kann ich jetzt alles schönes machen? Kann ich jetzt ein bisschen mehr machen als vorher? Oder wie was waren? Was macht meine Katze? Es bedarf Taktiken! Ich weiß ja nicht einmal wie ich das Eis zu schmelzen bringen kann! Ohne Feuer, Blume! Also das Boot ist dann mit Feuer bestückt! So was ist jetzt noch? Das Schlachtfeld sieht groß aus! Was daraus noch gekauft ist! Kommt zu mir wenn ihr Lust aufhören und neue Mission habt! Das sieht schon ein bisschen besser aus! Schau schon mal ein bisschen nach mir aus! Das war ja alles vorher nicht da! So! Hä? Und jetzt? Hä? Achso! Einfach rauf fliegen! Und getan! So! Was kann ich jetzt alles machen? Was ist alles dazu gekommen? Okay! Ein Rennen mit einem Schiff! Das ist auch schön! Da drüben ist direkt das Schief halt! Und das drüben ist alles dazu gekommen! Das ist so viel, dass... Oh oh! Okay! Das Schiff ist... Hier ist ein Schiff! Oder doch nicht! Da kommen wir ran! Okay! Dann gehen wir ran! Keine Ahnung! Ich hab keinen Plan! Ist ein Totenschädel! Abtinskajüte! Ach! Er ist da! Ach! Ach! Er ist da! Ach! Ach! Nein! Du bist! Massage! Ich hab' nicht mehr was! Whatever! Oh Ich habe keine Ahnung, was hat sie gesehen? Anscheinend nein Hä? Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt raus und die verbrennen? Oder, oder, hä? Aha Das war's oder was? Ja Muss ich sein Licht nehmen auch aufteilen? Mag ich rausprobieren kurz? Na Hätte sein können Dann gehen wir halt Wenn das alles war So Die sind gar nicht so schwach die Viecher So, wohin gehe ich als nächstes? Für was brauche ich denn eigentlich die Transporte Damit ich fliegen kann Das sind Küsten Also da sind viele Die bösen Augen da Hä? Also da war ich schon Aber da vorne war ich noch nicht Da war irgendwo Die sind wahrscheinlich da drin Dann Was haben wir da? Okay Das ist immer da blöd Aber ich kann es nicht machen Nein Ich brauche Feuer Achso Nein brauche ich nicht War fast geschafft Na gut Ich versuch's noch einmal Ich flieg halt so weit weg Kassiere Nein Okay Ich habe keine Ahnung Wie es sonst gehen soll Ich habe keine Ahnung wie es sonst gehen soll Ich bin genau drauf gelandet Was willst du von mir spülen? Ich bin genau drauf gelandet Was willst du von mir spülen? Ich bin genau drauf gelandet Ich bin genau drauf gelandet Ich bin genau drauf gelandet Es geht wahrscheinlich nicht Aber ich bin völlig verletzt Ich bin völlig zurück Ich bin völlig aber großartig Bezüge an Oh! Ja, danke. Alles gut. Und dann sende ich den Moment. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Es fehlen noch zwei. Ja, das ist klar. Was ist denn der Roboter? Wo sind die Feisteten zwei? Aha, da brauche ich Elektro-Ding. Da ist nämlich Star. Ich denke nicht so, dass Elektro-Ding ist. Also da kann ich ran. Also da kann ich ran. So, jetzt muss ich nur auf der richtigen Seite runterfliegen. Wo ist das? Ah, ok. Ah. Jetzt macht alles noch Sinn. Jetzt hüpft er rein. Ist das dein Scheißherrspiel? Wo war das jetzt? Nein, ich muss rein. Beide ich einen Scheißherrspiel. Das ist ein ganzes Pätschee, ok, wo sind aber die restlichen von den 3 Stücke, die man finden muss? WTF? WTF? Ja, schau ich mir dann gleich an. Da ist Kratos, ok, kann ich auch was probieren? Dann nachher. Oh, das ist ein Eckeres. Hä? Ok, was ist mit dir? Keine Ahnung, was ist das? So, mit so einem Ausschuss, ja? So, mit so einem Ausfall. 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 Oh, fuck. So, mit so einem Ausfall. Keine Ahnung. Genau... Hammer geht's halt? Kann ich jetzt auf irgendetwas? Jetzt kann ich da rauf oder was? Okay, das mache ich dann nachher, wie es auch schon Kann ich jetzt einfach drauf fliegen? Ich probiere mal Kartus aus So, wir brauchen 175 Kilo Stamm Besser, ich kann es mir nochmal anpassen 175 Wow Genau Genau Das ist ein Urschwör Kann ich gleich neu starten? Warten, warten jetzt Ja Ja Ah Der Nein 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 Ich hätte es gerne gehabt Oben oder unten? Ehhh Ne Nein Nein Das war jetzt überraschend und unfühl. Habe ich nicht rechnen können. Ja genau, das ist unfühl. Das schafft man ja nicht das erste Mal. 175. Ich bin ja nicht einmal 100. Warte, ich hole mir das unter. Nicht. Ich setze mir Scheiße an. So dumm. Nein, ich hätte die zwei oben holen müssen. Okay, das ist relativ lang. Ja, jetzt habe ich den nicht erwischt. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, was ich weiß und das bisher schlecht. Ja genau. Wurscht. 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 Das ist urschwer. Genau. Die 63 haare ich jetzt noch mal. Was? Na, hm. Na, hm. Na, hm. Mit wie viel war ich jetzt am Fluss? Circa da? 105 oder so? Alter, so knapp. Na, hm. Nein, ich hätte das gerne oben gehabt. Nein. Also 175 ist schon work eigentlich. Kommt jetzt gleich die... Ja, es kommt. 133 habe ich, ne? Aber fast. Fast habe ich es geschafft gehabt. Im zweiten Versuch. Okay, es ist schwer. Ich hab den ersten gegeben nicht. Es ist urschwer. Oh, oh, oh. Was war denn ab? Ja. Ich staub gleich noch. Okay. Okay. Hm. Geht den ersten dann nie? Ja. Keine Chance. Da weiß ich was da die beste Methode ist um den zu bekommen. Oh, da f... Da f... Da f ich nochmal. Haben wir den, haben wir den. Da f ich frei bei's durch. Haben wir den, haben wir den. Ja, super. Ich weiß nicht wie viel ich... Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, sicher probier ich jetzt noch einmal. Und dann endet der Platz, wenn ich es geschafft habe. Das gibt's ja nicht. Nein, ich schaff das nicht. Ja, und das ist sowieso so ein Ding. Das schafft man irgendwie nicht. Nein, ich bin normal, dass er viel ist. Aber die Welt ist cool. Du hast ihn trotzdem sogar noch einen. Wuuu. Wuuu. Das doch noch. Ja, ich bin normal. Ich bin normal. Ja. Ja, ich bin normal. Ja, ich bin normal. So, schaut's aus, können wir abbremsen, aha, immer wieder, 108, wieviel hatte ich da beim Geflogenversuch, das weiß ich jetzt nicht, ah, was hat du das, was hat du das, was hat Oh, ich hab's was. Und? Jawoll. Aber ganz genau. Jawoll! 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 So. So. Ich hab noch nicht die anderen zwei was da waren gefunden. Oder sind die irgendwo versteuert. Über die ganze Map. Das verheftet. Und da war eins. Ich weiß nicht wo es zwei sein soll. Es ist so viel jetzt dazu gekommen, dass ich jetzt überfordert bin. Ja. 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 Ich hoffe es hat euch gefallen. Sonst sind wir zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal gespannt und ciao. Ja.